Weltrekordversuch Harry Potter Feiert 25 Jubiläum MIT Mega Event in Hamburg Hamburg, als 1998 Harry Potter und der Stein der Weisen, in der Übersetzung von Klaus Fritz, 65, erstmalig in Deutschland auf dem Markt erschien, hat wohl keiner geahnt, dass auch noch 25 Jahre später ein Jubiläumsevent tausende von Fans nach Hamburg locken wird. Am 26. August laden der Carlsen Verlag, Warner Bros., Discovery und das Theaterstück, Harry Potter und das verwunschene Kind, zusammen mit Audible und dem Hörverlag zum interaktiven Hogwarts-Abenteuer in die Hansestadt ein. Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Hogwarts-Abenteuer anschaulich machen, von der deutschen Übersetzung des ersten Bandes über die Hörbücher und die Verfilmungen bis hin zum Theaterstück, sagte Renate Herre, Verlegerin des in Hamburg ansässigen Carlsen Verlags, im Tag 24 Interview. Die Moderatorinnen Madita van Hülsen, 42, und Jana Riva, 29, werden dafür mit unterschiedlichen Gästen ins Gespräch gehen und den Erfolg von Harry Potter in Deutschland Revue passieren lassen. Auf dem Programm stehen aber nicht nur Talks, sondern auch Showauftritte, Lesungen und ein Harry Potter-Quiz. Eine wichtige Rolle spielen dabei interaktive Elemente, an denen das Fanpublikum beteiligt wird, nicht zuletzt der Weltrekordversuch, betonte Herre. Für diesen werden genau 998 als Harry Potter verkleidete Menschen benötigt, um die aktuelle Rekordmarke zu knacken. Das J-Tüpfelchen Alle Teilnehmenden, die zum Gelingen des Weltrekords beitragen sollten, erhalten eine Urkunde für ihre Mitwirkung. Herre zeigte sich zuversichtlich, dass diese geknackt wird, die Resonanz sei bereits Wochen vor dem Event, sehr gut. Kein Wunder, schließlich hat der Hype um den Jungen im Schrank unter der Treppe nie an Magie verloren. Allein die Bücher haben sich im deutschsprachigen Raum bis heute 37 Millionen Mal verkauft, und die Verkaufszahlen aller sieben Wände seien weiterhin, kontinuierlich auf einem guten Niveau, so die Carlsen-Verlegerin. Carlsen-Verlegerin Renate Herre Die Welt von Hogwarts ist ein fantastischer Spiegel der unseren. Mit dabei sind am 26. August auch die Spielwarenhersteller Lego und Schleich-R, sowie das Buchhandelsunternehmen Thalia. Alle drei bieten auf dem Rathausmarkt großen und kleinen Fans an, mithilfe zahlreicher Mitmachangebote in die magische Welt von Hogwarts einzutauchen. Unter anderem wird es möglich sein, seinen eigenen Zauberstab zu bauen. Zum Schluss Vielen Dank.